Oida, was geht ab, Leute? Team Bobbleteer. Heute haben wir unseren guten Kumpel Dennis von Team Ragnarok hier. Er hat heute beim LLDS Grand Crawl Fire im Funtainment gespielt. 0-4-2. Einmal gegen Wörnigen ist verloren und das andere Mal gegen... Das war das. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, bitte zweimal durch Pech verloren, aber das ist nicht gut. Okay, jetzt habe ich den Deckliste mal. Drei Mal fangen können, glaube ich sozusagen. Der Searcher ist sehr gut. Bei Gudwitsch, Standard. Drei Mal Forerunner. Bei Slip Rider. Ich habe wieder Trap Freaks in Endstreet gespielt. Ich spiele zweimal Mümmelung. Das war eigentlich auch sehr gut. Ich habe mich auch sehr gut überzeugt. Aber auf die nächsten Buße, die sich nicht mehr spielen, da werden wir bessere Karten reingepackt. Das Spiel ist Dramel Maxi. Standard. Zwei Honest. Und eine Yuki. Das waren die Monstern und den Zauern. Dramel Cosmo Zauern. Dramel Telefon. Zwei Davos. Zwei Davos. Die Kamen sehr stark. Immer Feld weggeräumt. Und dann mit Kropel angekommen. Und die Trap. Das haben uns sehr Trap Happy gespielt. Drei Fetish. Zwei Proforce. Zwei Nightmares. Eine Moid. Eine BTA. Emptiness. MVP Karte. Für was die Rageki? Rageki. Feld weggeräumt. Warte. Irgendwas zum Main Deck noch? Hättest du irgendwas geändert heute? Irgendwas, was dir nicht gefallen hat? Nächstes Band war eigentlich das Optimale Bisse. Sobald die drei Kursen mit einer Runde gezogen haben. Das war natürlich richtig stark. Aber was für uns? Sieben. Ja. Zwei Flyings. Gegen? Gegen B.A. Teller Night. Ja. Klau Blade. Mit Teller. Gegen Decross. Gegen Shadow. Ja. Habe ich nur die eigentlich schon Decross gespielt. Mit Fernreuth. Mit Fernreuth hab ich auch ganz gespielt. Die zweite Yuki. Zwei Shared Royals gegen Decross. E.A. was auch immer. Zwei Mistiesten. Wo glatt geht. Tiefes Mirror Match. Zwei Maler der Trapstar. Gegen Back to the next. Und zwei. Schöner Night. Der nächste Deck. Krasa. Wo ist die erste Türke? Dann der Draco Sack. Weg E1. E1. Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Ja. Ich bin jetzt schnell durch. Selbstverständlich. Necro Austin hab ich rausgebracht. Gegen Teamkameraden. Wann kommt ein Problem. Richtig krass. Aber nun ging es. Wir haben uns. Endlich verbrannt. Das waren die Matchups. Was waren deine Matchups heute so? Matchups? Hier habe ich... Die erste Runde habe ich gegen... Was war das? Die erste Runde habe ich gegen... Die erste Runde... Ich habe schon alles vergessen. Ähm... Ich habe gegen B.A. gespielt. Das habe ich verloren. Die Egnus habe ich verloren. Gegen Clown Blade habe ich gewonnen. Ähm... Eccos habe ich gewonnen. Ähm... Den Cosmo habe ich gewonnen. Ähm... Oh mein Gott. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Wie schnell? Ja. Bitte halt. Ein bisschen Pech gehabt. Ähm... Wer zum Turnier... Seht ihr natürlich im Vlog. Auf seine Leiden. Ja. Oh mein Gott. Leute. Haltet euch fest. Das war zu krass. In diesem Sinne. Danke für die gute Freude. Hast du noch ein paar Wörter an deinen Fans? Leidet nicht so viel wie ich. Gute letzte Worte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.